komm weg hier ja vorsicht da oben ist auch einer ja den müssen wir jetzt weg machen den oben ja bleiben sie ruhig tief durchatmen ich bin durchatmen hat man atmen hat man auch wo sind sie hinter ihnen sind sie nicht da ist noch eine nachricht vorsicht das ist machen sie aber gut jetzt meine müde hockst du zum killing waren nach dem prinzip killing ist mein business denn business ist gut das kann ich irgendwie atmen gott gott vorsicht unten unter uns ist auch noch einer der hinterlangen vorsicht vorsicht er kommt in ihre richtung er sieht mich doch nicht der nächste nächsten schuss von die birne kriegt dann machen sie mal schnell ziemlich getarnt hier ist ein brunnen kann ich den da einschmeißen oder ist das kein brunnen ich weiß nicht komm mal zu ihnen runter hier so aber nicht schon die zelte durchsuchen nein hier ist nichts drin da sein können es hat wieder so ein versteckchen ist ja so lässt lass uns gucken 98 meter oder 104 meter können sie sich jetzt entscheiden hier ist ein scheinwerfer kommt der scheinwerfer her ist aber auch noch was ein lager ein lager alle spielkarten sammeln gerade das ist mal die zelte begucken jetzt du gehst du die links und hier unten runter hier ist doch jemand ja eben das habe ich mir schon gedenkt wo denn oben ich mach hier den bitte der kommt jetzt runter wo denn da er hat sich gesehen du kannst ihn hier leise holen ja ich hole mir leise guck mal wo der lang geht schön dass er hier lang kommt da wo bin ich denn da was meinst du wo ich bin genau wie da dort bist du man sollte den Herrn Hox nicht ärgern das stimmt aber ganz zumindest nicht wenn die mir dabei ist warte mal ich hab hier so einen schönen Brunnen für dich da starb sich die ganze Glückssagebuch oh cool ich bin immer noch nicht so ganz überzeugt gern von oben erst mal die lage sondieren das problem ist dass in dem turm einer drin ist in dem turm ich sehe noch niemanden turm wo ist ein turm wo die jamanen durch da oben da drin ja da kann ich ja hochgehen ist ja kein problem dann solltest du es jetzt erst mal außen jetzt machst du das oder was ist da jemand da hast du ein Geräusch gehört da hast du ein geräusch gehört ich habe das gesehen das heißt da ist noch irgendwo einer oder war das der auf dem turm äh hier ist noch einer hier rennt irgendwo einer rum oberhalb muss der sein mir dieser gelb er sieht ich ich sehe den gerade nicht doch der kommt jetzt hier gerade hoch wachsam bleiben glaubt ihr den einfach ja so einfach ist das hier aber nicht wo doch das ist so einfach macht ihr den vogel kann den höchstens versuchen zu markieren falscher alarm wir hatten gesellschaft habe markiert wird den weg machen du sollst sie nicht markieren ich habe mit der welt geschossen der gar nichts gemerkt ja ich sehe ihn aber nicht ich kann nicht verloren ich muss andersrum leute aber granate was ich liege hier wir müssen mir helfen verdammt ich kann ich da wo sie jetzt durchgekrabbelt sind da wollte ich durchkrabbeln immer in dem moment hat er mich gesehen danke oder machen sie sie dürfen ruhig mit mir reden gerade etwas geschockt um den turn brauchst du nicht mehr kümmern ja das ist ein ausrufungszeichen das ist tot auf jeden fall erst mal haben sie ja sicher werden sonst mit der bell road leiser kill nur konnte ich da oben nicht gucken was da ist okay ich gehe da mal hoch wenn hier nicht noch einer hier ist doch bestimmt noch einer ich höre da irgendeinen reden mein sein ist der problem an der ganzen sache ist dass wir jetzt einige den zielen so weit man wäre noch 56 meter zu dem die man töten müssen 50 meter noch nicht ja immer auf den turm aber da war ich doch da ist doch nichts du hast gesagt dass du den noch nicht durchsucht ich weiß nicht ob wir jetzt hier oder wenn ich diese lkw zerstöre unterbreche ich ihre versorgungsregeln ach wir müssen alle lkw es kaputt machen ich habe jetzt erstmal die ganzen gegner markiert ja ich sehe es hier steht noch einer vorsicht ja ich mag hier in ja ich mag hier in gut ne leider nicht der guckt in unsere richtung bell road aktion kann das nur werden eine saubere bell road aktion war das ja auch besucht denn mal ja und dann holen sie ihn da weg ich gucke mal ob oberhalb noch welche stehen wenn ich diesen generator sabotiere kann ich meine schüsse maskieren ja wollen wir wollen wir laut vorgehen scheiße hier ist noch irgendwo einer ja im zählt scheiße sogar zwei da sind sogar zwei ochsen die kommen jetzt rum links rum bei ihnen das war laut ne scheiße sie sind alarmiert die suche noch die wissen nicht was los ist wenn er hier ist und weg hier weg hier ja ich hab's gehört aber ich kann da jetzt nicht jetzt laufen wir müssen weiter von deckung zu deckung ich bin nicht weggerannt vor schieß sondern um meine stellung zu verändern alles wieder gut ja bin ich vor schieß weg gerannt ich habe nur meine müssen die lkw hochjagen nein ja wir müssen hinten den den generator sabotieren dann können wir unsere schüsse verdecken ach arschlecken wir sollen die lkw hochjagen ja ich stehe hier hat er doch gesagt sollen wir doch machen dann sagen sie mir wann dann kann ich auch mit meiner entfügt einen weg machen wir holen jetzt erstmal die die restlichen tüten ach so ja warte mal hier steht noch einer der war nicht gesehen vorsicht der sieht dich oder mich meine adleraugen oder was haben die alle ich hatte gesehen keiner ich sieht keiner ja gerade da steht doch überall die lkw zerstören ne das ist der generator guck mal richtig hin miri ja da wo die dinger drüber sind 47 meter mit dem kumpel haben wir noch eine war sehen da hinten ist nämlich töten in 79 metern rechts ja da müssen wir auch noch hin wir müssen die aber die lkw kaputt machen ja aber erstmal die typen oder ja das machen wir doch jetzt mal eben easy da müssen wir jetzt wo wird dann wieder leise machen oder oder richtig mit ja wir haben dann müsstest du erst den generator deaktivieren dann können wir mit karpums machen dann würden die anderen nämlich ja nicht mitkriegen ja aber dann müsstest du hinkrabbeln zum generator dann geh ich mal zum generator oder sieht mich sofort sobald ich nur anleger ich bin nur eine schlange so wo ist immer denn hier ist das der generator hier machen wir den noch mal kaputt wie mache ich den denn kaputt ne nicht kaputt sabotieren kann ich nicht ah da so jetzt holen wir uns die alle ich bin schon dabei ich bin schon dabei da war aber halt schon scheiße wenn du da alleine was machst ok ich dachte das war dein startschuss wir holen uns die alle wieso eigentlich keine munition mehr zwei sind dauernd ja weil die velro nur ein paar schuss hat nein ich rede nicht von der velrode ich rede von der springfield ich kann mich nicht schießen ok ich kann von der stillung hier nicht schießen ich kann mir herangehen ich hoffe da ist jetzt keiner mehr sonst hab ich ein problem ich bin hier gerade ganz alleine ich komm zu mir rauf einer down zwei down ei 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 ich glaub das war's ne nein hier ist noch einer da ist noch einer hinterm lkw okay hast du ihn? ja kann ich anfangen lkw kaputt zu machen? warte mal hier schreit aber nur einer ja ist doch egal ich sammle mal hier einen lkw kaputt zu machen ähm können sie den einen lkw bitte noch nicht kaputt machen weil ich krabbel hier gerade rum und hier liegen auch noch ein paar leute rum die möchte ich gerne erst einsammeln das ist wunderschön oh waffenteil freigeschaltet cool was denn hier ja das ist wunderschön oh jetzt glaub ich kann ich die auch richtig kaputt machen glaub ich ist das ein mugo? oh hier liegt auch noch einer da liegen noch so ein paar sachen oh man vorsicht ihr geht gleich hoch ja super ah da hinten sind wir ah die rieder komm jetzt hier hin ja hast du welche markiert? ja ich bin dabei die sind noch zu weit weg aber die kommen jetzt hier runter die sind gelb markiert komm jetzt hier hin soll ich die leichen wegnehmen oder was? ach lass doch da liegen ist ja jetzt uninteressant okay die kommen jetzt gleich hier hin was ist ja ein erledigt? ich versuche den LKW kaputt zu machen welchen LKW? wir gehen jetzt ah ok ich hab das befürchtet also könnten sie mir vielleicht vorher sagen welchen LKW war ich was müssen wir da oben in den diensturm müssen wir den auto ausschalten im sniper tour da kommen sie ja angelaufen guck mal sie sind jetzt sie sich die doch aber ne ja da ist einer er möchte jetzt unbedingt weg gesnipert werden da kommt der nächste sofort oder mal schauen und da ist noch ein 115 meter der möchte auch unbedingt getötet werden ja irgendeiner hat mich gesehen unser ziel auf jeden fall der sergeant dahinten muss aber noch irgendwo einer sein weil irgendwas ist hier von mir markiert alles super jetzt muss ich mal da oben gucken wann auf dem turm jetzt ist warum ich da oben ausschalten was muss ich denn jetzt hier oben machen auf dem turm ich weiß was ich machen muss die lampe ausschalten ah ok kann man die ausschießen ja ja ich komme mal wieder runter da war hier haben so eine leiche noch nicht durchsucht so ich habe nur noch ein ziel vor da hinten rumlaufen ich habe mal alles an ob hier alles eingesammelt ist ja du hast ja alle besucht ja 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 oh den muss ich auch noch kaputt da kommt man den lkw hier welchen lkw der hier steht man da kommt ein auto verdammt weg hier da kommt ein bisschen weg der fährt direkt an mir vorbei oder der hingefahren scheiße das sind noch zwei neue soldaten ja da wirst du kümmern können ich muss mal eben den lkw kaputt machen hier die reisen hier sogar alter falter das machst du schon ja super jetzt machst du es in action bereitet kommt hier runter gewandt so der eine lkw ist auch blatt mhm aber jetzt und dann haben wir ja noch einen hier diesen hier die müssen wir auch noch kaputt machen ja vorsicht die typen sind da ja komm das ist alles deins jetzt hier ich darf sie alle kaputt machen darf ich ja ja super jetzt bin ich alle runter ja mein Gott kack dir doch nicht in die Hose mach ich doch gar nicht was aber aber ich dachte wir wollen das sneaky machen ne jetzt ist vorbei mit sneaky oh wie viele leute hast du denn da da ist aber interessant einer weniger ja du siehst mich knapp ich brauch ne angst aua oh ich muss mal eben kurz den auf ich muss mal eben kurz den auf ich muss mal eben kurz den auf ich bin down ok ich hab sie beide hol mich mal schnell schnellfeuer miri hat erledigt aber du hast den das primärziel haben wir noch nicht nein nein das rennt nämlich noch da hinten rum aber hab ich gut gemacht oder ja super den müssen wir auch noch holen dann den einen vogel aber jetzt werden wir erstmal hier die kameraden hier durchsuchen ja dann steht noch ein lkw da ist noch ein lkw den können wir auch noch kaputt machen aber eigentlich brauchen wir das nicht mehr aber eigentlich schon irgendwo muss hier noch einer sein oh ne pass auf wir werden es noch alle lkw kaputt machen ja markier die mal eben wir machen die jetzt alle alle kaputtos kaputtos lkw verstehst du ja der ist kaputt der eine ne na dann aufpassen geh mal da weg ach so der ist ja ok ich will weg hin ja einmal einmal jetzt noch mal ein schüsschen da ist noch jemand was ein wo ist denn unser ziel 90 metern ja du wirst den 1 lkw noch platt machen ja auch mal eben wenn ich den von hier aus treffe heißt das ja könnte moment könnte vielleicht klacken wir gucken mal ob hier oben da was drin liegt hier ist noch ein lkw den müssen wir auch kaputt machen da ist noch jemand da ist noch jemand da ist noch jemand miri da ist noch jemand weil dann wie die 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 und ich versuch es nicht so hektisch werden dann dann machst du mich auch mit ok also da hinten ist noch ein mg-nest dann müssen wir das mg-nest erstmal von hier hinten aus ja dann müssen wir von beiden seiten weil er kann nicht auf beide seiten schießen aber die lkw's müssen wir nicht alle kaputt machen ich weiß wo das ist wie gesagt ich war ja dran aber ich kam nicht an die sie ran weil er mich mit dem mg ich sehe den habt ihr den blick ich leider noch nicht von hier aus da ja ich habe ihn auch können sie bitte vorher bescheid sagen ja warum denn ja weil wir beide doch eigentlich dann reichen einer lab macht ja aber kurz bescheid sagen dass sie es machen ja sie haben es noch gesehen jetzt noch einer und da ist noch einer herr hox denn ich glaube der hox ist gerade im tötungsbad kommen sie mal herr hox denn da sind zwei kommen sie mal bitte zu mir komm ich endlich her jetzt soll ich zu ihm kommen du musst auch mal ein bisschen was tun jetzt hier das ist doch viel zu weit weg mal aber wenn sie den links haben sie auch noch nicht, der links war auch noch einer Vorsicht, da kommen zwei wachsam bleiben sie sind hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns jawohl, sie haben ja jetzt den kill am karp, aua, wo denn, da oben da drücken wir jetzt aber ein bisschen, ich sehe ihn nicht da ist aber noch einer, komm mal schnell her hinter uns bleiben, hinter dir, hinter dir ist auch noch einer ah, verdammt hinter mir Alter muss mal hier irgendwo mein Ding runter gehen meine, was ist denn hier los, auf einmal haben wir die Verstärkung? Boah, ey, wo kommen die alle her? ja ja, du bist auch noch ein bisschen, ne, du küsstest dich das ist doch gemein Baaah, der geht da oh, sieht sauber aus komm so mal zu mir hier hoch, bitte ja, ich komm hoch wird ziemlich lang, die Folge mhm, das wollte ich gerade erlegen aber das musste sein das musste einfach sein meine Güte, da haben wir jetzt ordentlich haben wir aber ganz schön geräumt jetzt, ne da gibt es ja ganz viel Einzuglammeln, muss ich nochmal sagen ja, aber was wir da alles rausholen, das sehen wir dann in der nächsten Folge Leute also, macht's gut, ciao